Hey ho, hier ist Ranja und wir haben ein neues Format auf diesem Kanal, auf heute. Und zwar ist es Montag und wir spielen Mobile Games. Deswegen gibt es jetzt den Mobile Game Montag. Herzlichen Glückwunsch, ich weiß, Namensgebung war schon immer meine Stärke. Und zwar testen wir jetzt jede Woche, jeden Montag verschiedene Mobile Games aus. Also falls ihr Suggestions habt, schreibt die gerne in die Kommentare und dann kann ich das auch gerne mit einbeziehen und dann kann ich das spielen, was euch interessiert. Und ich persönlich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von Mobile Games. Okay, ich spiele die die ganze Zeit. Ich habe die in der Schule schon immer gespielt, in den Pausen oder sowas, wenn du dann am Handy warst. Ich spiele die in der Bahn, weil mittlerweile jede Bahn ja auch kostenloses WLAN hat, was super nice ist. Aber natürlich findet ihr den Link zu dem Mobile Game in der Videobeschreibung. Das heißt, falls ihr das selber ausprobieren möchtet, dann klickt auf den Link, ladet es euch runter. Wenn ihr es über den Link macht, kriege ich ein paar Cent, glaube ich. Also macht es über den Link, wäre voll super. Dann kann ich mir am Ende des Monats vielleicht ein Pizza bestellen. Ich überlege mir jetzt auch immer schon das Spiel für die nächste Woche und gebe euch dazu den Link. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das runterladen und ich nehme das dann irgendwann im Laufe der Woche auf. Und dann habt ihr die Chance, mich in dem Spiel zu treffen, beziehungsweise wenn ich eine Gilde habe oder sowas, dann schreibe ich das damit rein, damit ihr da beitreten könnt, damit wir das so ein bisschen Community-mäßig zusammenspielen können. Da hätte ich voll Lust drauf. Das heißt, wie gesagt, das schreibe ich jetzt immer in die Beschreibung. Ich weiß noch nicht, was es für nächste Woche sein wird. Ich glaube Brawl Stars, aber ich bin noch nicht sicher. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir an. Oh, kidi do kidi. Also, wir kriegen am Anfang eine Startregion empfohlen, das ist Skarn. Da gehen wir doch hin. Skarn wird von einem alten Ritterkodex regiert. Das ist übrigens der Intro-Teil. Keine Sorge, ich überspringe das Intro gleich, wenn wir spielen, damit ihr euch nicht den Tutorial Mist angucken möchtet. Wir können wählen zwischen dem Typen und der Tuse. Wir nehmen die Tuse, weil, ne, sehe ich uns? Eine Eismagierin. Okay, kurze Story, die kriegt ihr natürlich noch mit, weil die ist ja essentiell wichtig, um entscheiden zu können, ob es ein gutes Spiel ist oder nicht. Wir sind ein edler Kommandant. Mein Volk hat einen fähigen Führer, bitter nötig. Okay, du findest deine Festung gleich hinter den Fängen dieser lästigen Schurken. Alles klar, die Schurken. Zeig ihnen, was in dir steht. Die mache ich kaputt, Mann. Also, es ist relativ straightforward, würde ich behaupten. Ja, doch. Kämpfen. Er ist ja eingefroren. Easy. Easy Game, easy Life. Und die letzten Fallen. Oh, wir haben eine begrenzte Zeit übrigens. Wenn wir es nicht schaffen, dann ist es natürlich rough. Alles klar. Gut, dann grinde ich jetzt ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben uns jetzt durch die ersten paar Minuten gekämpft, haben den einen oder anderen Typen abgeschießt mit unseren Pfeilen. Es gibt immer so Aufgaben, so ist das System in dem Spiel, okay? Also wir haben Aufgaben, es ist so ein bisschen aufbaumäßig. Also wir haben hier zum Beispiel, sollen wir jetzt einen Bogenschießplatz bauen, kann man machen. Du hast den Bereich, in dem du baust und in dem du Einheiten ausbildest. Und du hast den Bereich, in dem du draußen bist und erkundest und kämpfst. Also das, was ihr gerade kurz gesehen habt. Es gibt Bosskämpfe, wo dann halt irgendwelche Viecher kommen. Und du musst selbstverständlich hier Ressourcen sammeln, also Gold und Holz, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube, es gibt aber auch noch diese blauen Tränke. Was die bringen, weiß ich noch nicht. Und es gibt hier noch rechts, das ist Wohlstand. Du brauchst eine gewisse Menge an Wohlstand, um irgendwas zu verbessern. Wie zum Beispiel hier meine Burg. Die kann ich jetzt noch nicht auf Level 2 machen, weil ich dafür mehr Wohlstand brauchen würde. Hier kriege ich dann weiter Upsi-Daisy. Es gibt natürlich, überall wollen sie ihre Shops aktivieren. Jetzt haben wir hier die Bogenschützen, die können wir ausbilden. Und du hast im Endeffekt immer die Sachen, die du machen musst. Und du hast die Sachen, wenn du genug Wohlstand hast, schaltest du neue Gebiete von der Karte frei. Kannst die erkunden. Da liegt dann auch sowas wie Gold rum, verschiedene Waffen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht Ronja. Mensch, wie erreiche ich Wohlstand, indem ich Bauwerke errichte? Und zwar machen wir dann Wohngebäude. Zack, bauen wir. Machen wir... Ich bin ein bisschen nicht so der Fan von der Steuerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil... Hat Schwierigkeiten, ja? Du kannst auf der Karte nur hinklicken, wo du hinlaufen willst. Und du kannst nicht quasi mit dem Finger hin und her suchen, wo das ist. Ich habe übrigens ein super tolles Programm, mit dem ich das am PC spielen kann. Deswegen nicht wundern, meine Hände sind frei. Ich habe kein Handy in der Hand. Man kann es obviously am Handy spielen. Das ist ein Mobile Game. Das ist fürs Handy gemacht. Aber ich habe es versucht, vom Handy aufzunehmen. Die Aufnahme ist unglaublich, 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 unglaublich laggy geworden. Das hat sich jetzt voll gelohnt für die zwei Sekunden. Und deswegen ist es gnadenlos. Wir haben jetzt genug Wohlstand, können die Burg ableveln. Zack. Und können dann, glaube ich, auch erstmal wieder in die Freiheit gehen. In die Karte. Also ich finde es echt süß gemacht von der Grafik. Ich mag das sehr. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass man nicht so richtig rein und raus suchen kann. Beziehungsweise sich frei bewegen kann. Das geht aber in den Kämpfen. Und ich habe das Gefühl, in den Kämpfen... Ah, hier wahrscheinlich, oder? Ja. In den Kämpfen ist es dann wichtig. Hier kommt man in seine Stadt, wo man das dann machen kann. Ich bin die Tuse auf dem Pferd. Genau. Und jetzt komme ich hier gleich rein, sobald meine Burg fertig ist. Das heißt, wir müssen hier nochmal kurz zurück zur Burg. Aber ich wollte euch das nochmal kurz zeigen. Also, wir gehen jetzt weiter und erkunden den westlichen Hafen. Oh, wir kriegen ein Geschenk. Nevermind kriegen wir nicht. Die wollen Inhab-Sachen verkaufen. Ah, ah. Nicht mit uns. Also, die Roten sind Gegner. Erkennt man? Die hier sind Leute, die wollen sich anschließen. Zum Beispiel menschliche Priesterin. Sag ich nicht nein. So, hier ist Holz. Hier sind kleine... Oh, sind die cute. Kleine... Oh, das sind viele. Oh, die haben Wurfsterne. Oh boy. Was übrigens eine weitere Mechanik von dem Spiel ist. Du kannst nur so viele Gruppen drauf machen, wie du Helden hast. Also, ich glaube, jeder Held am Anfang... Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Gibt dir zwei Truppen. Da steht auch unten eine Zahl, wie viele ich haben kann. Das heißt, wenn ich jetzt nicht den Typen aufgesammelt hätte, dann wäre ich ziemlich angeschmiert. Ich glaube, ich bin auch so ziemlich angeschmiert und werde verlieren. Aber hey, hier steht auch immer das Level dabei. Wie gut oder schlecht die sind. Ey. Warte. So, zack. Hier geht nach hinten. Ich weiß nicht, wie strategisch das Ganze hier ist und wie wichtig das Ganze hier ist. Aber wir versuchen es jetzt erstmal. Oh, und jeder Hero hat natürlich seine eigene... ...kleine... ...special-Fähigkeit. Ja, die zerschnetzel ich einfach, ganz ehrlich. Was wollen die machen? Oh, das kann ich nicht. Also, es ist halt... Die kleinen Ninja-Dinger sind zwar sehr süß, aber die können halt nichts. Das ist halt schade. Aber wie gesagt, hier kann ich mich frei bewegen, auf der Karte nicht. Das ist gewöhnungsbedürftig. Weil ich normalerweise sowas wie Hay Day gespielt habe. Und auf Hay Day kannst du das. Das ist das, was ich, glaube ich, am meisten gespielt habe. Da bin ich unglaublich, unglaublich am Grinden gewesen. Aber ich habe mir gedacht, hey, gibst du neuen Sachen eine Chance? Vielleicht, wenn ich meinen Spielstand verloren habe. Und dann hätte ich noch von ganz vorne neu anfangen müssen. Möglich? Möglich. Aber hey. Okay, hier zum Beispiel. Ich bin hier hingegangen, weil hier so ein Glitzerstein ist. Und ich mir gedacht habe, hey, du kannst eine Tafel mit roten Runen entdecken. Und man sagt, dass sie einem Helden bessere Führungsstärke verleihen kann. Wusste ich das vorher, weil ich die Aufnahme schon mal gemacht habe und die geleckt hat? Ebenfalls möglich. Wir geben es der Tuse, weil die schon Level 2 ist. Und jetzt gehen wir hier runter. Und, oh, kleine Raketenkämpfer. Oh, das sind viele. Oh, das sind wirklich viele. Meine Kraft, Kraft des Feindes. Du siehst halt auch immer mehr oder weniger, wie gut du gewinnst. Also zum Beispiel die hier sind ziemliche Bieste, ja. Weil die halt auch Level 2 schon sind. Die ist halt auch ein Biest. Und er ist halt auch ein Biest. Das heißt, die werden jetzt schon ganz schön zermatscht. Aber, denkst du, die werden noch mehr zermatscht? Weil hier noch meine Sperrkämpfer dann mitmatschen. Und meine Bogenschützen mitmatschen. Und meine Priester mitmatschen. Das ist meine Default-Kombi. Bögele, meine ich. Ähm. So, jetzt ist der auch noch gelevelt. Easy. Eure, im Prinzip eure Champions leveln auf. Ich weiß gar nicht, wie man neue Helden findet, muss ich sagen. Habe ich keine Ahnung. Du konntest einige Wertsachen vom Schlachtfeld plündern. Hey, ja. Und es gibt halt immer die Quests. Huch. Was gibt der mir? Ein Helm. Da bin ich noch nicht sicher. Es gibt manchmal so Items, ja. Die sammelst du auf. Und denkst dir, ha. Was bringt mir das jetzt? Habe jetzt meine Burkabaut, ja. Easy peasy lemon squeezy. Jetzt sagt er mir halt, das ist eigentlich ganz nice, wenn man so niemals wirklich stuck ist. Und man hat halt wirklich scheinbar richtig viele Aufgaben. Ähm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, was das hier macht. Oh, okay. Der sagt dir, dass es so Events sind, wo du hingehen kannst, wo du das und was kriegst. Ich muss hier Zwergenarmeen besiegen. Ich nehme an, dass hier links ist nochmal eine Zwergenarmee. Nee, das sind nochmal die kleinen Kämpferchen. Oh, aber das sind jetzt Armbrustschützen. Oh. Sie sind so cute, aber sie sind halt so schwach. Wie gesagt, falls ihr noch andere Spielempfehlungen habt, die vielleicht entweder ähnlich vom Konzept sind oder was ganz anderes, lasst es mir in den Kommentaren da. Und mir dann euer Feedback dazu gebt, damit wir so ein bisschen sagen können, okay, ich gebe dem Ganzen eine 3 von 10. Oh, nee, ich gebe dem Ganzen eine 4 von 10. Ich fände es mega cool, wenn wir das so Community-mäßig ein bisschen aufbauen können und ihr quasi mit mir zusammen das spielen könnt. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es realistisch umsetzbar ist. Ich glaube aber, dass es geht. Und ich werde es auch immer über meinen Discord quasi... Oh, ich hätte meine letzte Formation wählen können. Ich bin ein Idiot. Ähm. Ich werde es auch immer über meinen Discord Bescheid geben. Sowas wie, hey, ich nehme mir jetzt das und das auf. Wenn ihr Bock habt, kommt. Oder hey, ich bin in der und der Gilde. Falls ihr auf meinem Discord noch nicht seid, dann könnt ihr das unten in der Beschreibung. Ist da auch ein Link dafür. Ansonsten kriegt ihr das aber auch mit. Ich glaube, ich schreibe aktualisiert einen Kommentar unter... wenn ich das hochlade, was für eine Gruppe ich im nächsten Spiel sein werde, damit ihr da auch reinjoinen könnt, damit wir es ein bisschen zusammenspielen. Alles Klärchen. Ich hoffe, das klang jetzt halbwegs logisch. Es gibt hier übrigens erstmal nicht nur super viel Gold, sondern auch noch so Tränke. Was die dir bringen, man weiß es nicht. Wir bauen ein Krankenhaus. Let's go. Wir haben so viel Holz. Wir können uns zwei Krankenhäuser bauen, wenn wir das wollen. Wir bauen noch mehr. Wir bauen noch das da. Ist in der Warteschlange. Voll schade. Egal. Aber ich finde es nice, dass man Sachen in die Warteschlange machen kann und nicht warten muss, bis es gebaut ist und dann nochmal klicken muss. Das ist ein Vorteil. Okay. Meine Warteschlange ist zu kurz. Ich habe es gerade noch gelobt, Spiel. Ich habe gerade noch gesagt, tolles Feature. Zack. Zack. Bau eine Kaserne. Ist scheinbar der Warteschleife. Ich bin euch weit voraus. Wir gehen jetzt wieder raus und erkunden, by the way. Ich heiße übrigens... Oh Gott. Ich heiße neuer Spieler. Und ich möchte auch nicht der blöde Gnomling sein. Kann ich das machen? Charakter. Oh, ich kann nur die sein. Oh, es gibt coole neue Charaktere. Es gibt drei Tiere. Ich kann die weiße Stute sein. Ich kann der verhängnisvolle Drache sein. Nö, kann ich nicht. Ich wäre gern der verhängnisvolle Drache. Oh, und es gibt Server, auf dem man sein kann. Alles klar. So. Ich bin immer noch der hässliche Mann. Warum? Hier, Portrait. Ich kann nur der hässliche Mann sein. Standard, zornig oder drakonisch. Toll. Oh, hier unten sieht man auch immer, wenn der Bau abgeschlossen ist. Ich glaube, das ist der Shortcut. Da kommt man einfach direkt in seine Festung. Da habe ich als zweites nicht die Kaserne genommen. Habe ich als zweites irgendwas anderes gebaut? Ich denke. Und wir können hier raus. Das finde ich nice. Okay, das finde ich wirklich praktisch. Dann kämpfen wir in der Zwischenzeit mit ein paar Sperrkämpfern. Versuche es erneut, ohne Truppen zu verlieren. Ach, lol. Ach, die sterben einfach immer. Ich bilde ja neue aus. Ich habe mich schon gefragt, warum bilde ich die ganze Zeit neue Truppen aus? Aber wenn die einfach abnäppeln... Oh, ich habe jetzt die Fähigkeit Eiswand freigeschaltet. Träumchen. Und ich habe einiges geplündert. Ka-ching. Guck mal, hier. Guck mal, wie viel ich hier finde. 100 Gold. Nochmal 100 Gold. Jetzt 30. Schade. Und wie gesagt, diese Tränke. Wir haben diese Tränke im Inventar. Oh, da kann ich Energie wiederherstellen. Was habe ich noch? Ich habe diese Äxte. Okay. Machen wir. Wir geben zum Beispiel jetzt den Stab. Geben wir jetzt der Tuse. Zack. Hat einen Stab. Haben wir eine Kopfbedeckung? Haben wir. Geben wir auch der Tuse. But damn. Dann gehen wir mit der Axt, die geben wir dem Typen. Okay, das ist nice. Das ist nice. Wir hätten vielleicht dem den Hut geben sollen. Jetzt hat die den komischen Helm auf. Sieht vielleicht ein bisschen weird aus. Aber hey. Habe ich die Kaserne immer noch nicht gebaut? Ich gehe mal nach Hause. Hier ist doch eine Kaserne. Hier ist ein Krankenhaus. Oh, ich kann die heilen. Ich kann die retten. Oh, ich kann es nicht schneller machen. Alles klar. Okay. Also, ich heile die Leute im Krankenhaus. Ich habe mir schon gedacht, wozu brauchst du das Krankenhaus? Also, wir haben jetzt Elixier sind wir im Sammeln. Und wo ist meine Kaserne? Habe ich keine Kaserne gebaut? Ich habe literally einfach keine Kaserne gebaut. Ach stimmt. Ich hatte ja nur zwei Leute in der Warteschleife. Ich glaube, das geht aber auch, wenn man mehr Arbeiter hat. Also kann ich mir vorstellen. Ich habe aber momentan nur ein Einlevel Arbeiter dort. Das ist ja oft so. Ich finde es nett, dass sie die wenigstens gratis schneller geben. Wir haben genug für ein Book-Upgrade. Zehn Minuten. Ja gut. Das war es so ziemlich mit diesem Video. Wie gesagt, ich würde behaupten, ihr habt jetzt einen groben Überblick gekriegt. Wenn ihr selber spielen möchtet, Link ist ganz oben in der Beschreibung. Könnt ihr euch runterladen. Kostet nichts. Könnt ihr auch wieder löschen, wenn es euch nicht gefällt. Also, ne? Das sind alles Free-to-Play-Spiele. Ich glaube, ich spiele jetzt keine für 5 Euro oder so. Quatsch, weil ganz ehrlich. Ne, habe ich keine Lust drauf. Ich würde euch auch empfehlen, kein Geld in so Spiele zu stecken. So Microtransaction-mäßig. Ich finde es ziemlich fies, wenn Spiele das machen. Und keine Ahnung. Also, es muss ja nicht sein. Man kann die meisten Sachen auch einfach so spielen, wenn man ein bisschen wartet. Und ich habe das Gefühl, das ist persönlich auch nichts, was mich allzu sehr stört. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr neu hier seid oder es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und macht's gut. Bis morgen. Ciao. 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 Ciao.